Herzlich willkommen hier bei uns in der E-Menschule. Herzlich willkommen hier bei uns, wir freuen uns auf euch. Herzlich willkommen hier bei uns in der E-Menschule. Herzlich willkommen hier bei uns, wir freuen uns auf euch. In unseren alten Mauern geht es auf und runter, wir lernen hier Tag aus, Tag ein. In jedem Klassenzimmer ist es und wir bunter, denn hier sind wir doch nicht allein. Herzlich willkommen hier bei uns in der E-Menschule. Herzlich willkommen hier bei uns, wir freuen uns auf euch. Wir rechnen, lesen, schreiben und wir singen, das gehört bei uns dazu. Wir basteln, lachen, rennen und wir springen, man dreht halt wie ein Kingu. Herzlich willkommen hier bei uns in der E-Menschule. Herzlich willkommen hier bei uns, wir freuen uns auf euch. Bist du einmal traurig und verlierst den Mut, dann halten wir bestimmt zu dir. Ja, wir sind viele Freunde und die tun dir gut. Hörst du den Namen, singen wir uns. Herzlich willkommen hier bei uns in der E-Menschule. Herzlich willkommen hier bei uns, wir freuen uns auf euch. Johann Peter Hebel, dieser kluge Mann, der hätt bei uns ganz schön gestart. Wenn dir einer sagen kann, wenn ich das dann, den werden wir schon erst den Mut gelaunt. Herzlich willkommen hier bei uns in der E-Menschule. Herzlich willkommen hier bei uns, wir freuen uns auf euch. Herzlich willkommen hier bei uns in der E-Menschule. Herzlich willkommen hier bei uns, wir freuen uns auf euch. Herzlich willkommen hier bei uns, wir freuen uns auf euch.